So, ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Das ist Altmariendorf. Andere Seite. Und das ist der Weg zur Arbeit. Da geh ich jetzt hin. Auch noch auf dem Weg zur Arbeit. Und hier ist ein Auto. Auf dem Weg zur Arbeit kann man tolle Sachen finden. Das ist jetzt der Eingang zur Arbeit. Oh, das ist ja toll. Fast wie Baraj Schmidt hier. Wahnsinn. Da geh ich jetzt rein. Die Schranke geht gleich wieder auf. Da müssen wir ganz nah dran. Toll, ne? Automatisch. Das ist gelogen. Förtner, morgen. Ich hab die Schrank aufgemacht, der Förtner. Aber nicht weiter sein. Ich bin jetzt hier eben auch quasi bei der Arbeit gelandet. Sauwetter. Aber die Frisur sitzt. So, ich bin jetzt auch fast da. Ich bin schon aufgeregt schon. Hier. Da. Ich glaube, mein Chef ist auch gerade gekommen. Ich bin schon aufgeregt. Ich weiß nicht. Ja. Ich glaub, damit's Kaffee gibt... Ja, ich hab Kaffee. Das war's. Nächste Woche geführt zur Arbeit.